Und die Vorländer und die Kajos sind wieder vorne in einer Juniore in Trabantselle, lockt die Start hin, es geht wieder zusammen und die Junioren checken sie nichts, sie fahren noch mal ein bisschen stocker, so wie Sanktsoll, so wie Wolfe. Die Kajos sind wieder auf und die Bühne 3.40 noch ein paar Wachstum der Reihe, die Kajos, die der Trabantselle, ist der Armut, ist der Armut, ist der Armut unterwegs hier, mit dem Hexenbessel von Lüden. Die Kajos, die Kajos sind wieder rein, die Bühne sind wieder rein, die Bühne sind raus, der Jürgenmacher, die der Trabantselle, ist der Armut, ist der Armut, ist der Armut, ist der Armut, ist der Armut. Das geht in der Armut, eieieiei, das ist was los in der Kajos von Lüden. Und die Bühne sind wieder in der Kajos, die sind bei den Trabant, die kommen so richtig, bei den Trabantverwörtern. Und die, die Schiff fährt, die geht, die geht in die Kasse. Und jetzt, die Übersichtgabe, das ist das Mal. Die Vorlage kommt, die Fertigkeleise. Die Fertigkeleise. Ganz wohl, die TLS sind auf die gewisse Position. Die Fertigkeleise, die Fertigkeleise. Die Fertigkeleise, die Fertigkeleise. Die Fertigkeleise. Die Fertigkeleise. Die Fertigkeleise. Hier wird den Lauf super neben. Hier kommt die zweite Platz. TLS mit der Fertigkeleise. Auf der drei, das ist die Fertigkeleise. Der hat gewesen, er sollte bereit sein, der bleibt von Carlos aufzübend. Er hat den Kurschner in Serie. Köln, 2.82, die Spielbereit. Wegschrauben von der Grapplitz. Auch CT Racing, Dumbi hat den Torvorkant. Und es ist da, CT Racing mit 182. Dumbi ist hier nicht, wie das geht jetzt. Neck, Kurs, Tor Bulldog, auch noch nicht dabei. In der Stadt hat den Kurschner dabei.